Also der größte Unterschied zwischen dem, so wie wir es jetzt machen, in digitaler Weise, so wie Zeitungsannouncen ist, dass einfach die jungen Leute keine Zeitungsannouncen mehr lesen. Die sind einfach in den sozialen Netzwerken und Medien unterwegs und dort fühlen sie sich auch angesprochen, dort sind sie zu Hause, eine Zeitung kennen die nicht mehr. Und das ist mit Sicherheit der Grund auch, warum es so funktioniert. Mein Name ist Guido Jaag. Ich bin Geschäftsführer der Firma Witte Stahl & Metallbau GmbH. Und die Firma Witte Stahlbau ist ein mittelständisches Metallbauunternehmen, welches tätig ist im schweren Stahlbau, so wie im Leichtmetallbau und in den allgemeinen Schlossertätigkeiten. Unser Problem war, bevor wir zu der A&M gekommen sind, die Mitarbeitergewinnung. Es herrscht ein massiver Fachkräftemangel auf dem Markt und unsere Zeitungsannouncen, wie man das täglich so macht, die haben einfach keine Bewerber mehr erbracht und aufgrund dessen haben wir uns an die A&M gewendet. Wie wir auf die A&M aufmerksam geworden sind, das war eigentlich relativ vorbildlich, nämlich durch Weitertragen eines ehemaligen Studienkollegens. Der hat mit euch schon zusammengearbeitet und hat euch somit wärmstens empfohlen. Das erste Beratungsbespräch bei uns im Hause war sehr, sehr einfach, sag ich mal, sehr persönlich. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und wir wurden von vorne bis hinten sehr gut beraten. Also einen Einwand zu dem Ganzen habe ich gar nicht gehabt. Ich war von vornherein davon überzeugt, dass das funktionieren wird, aber auch bedingt durch Rücksprache mit meinen Studienkollegen, der da auch sehr positiv beeindruckt war. Und deswegen hat das eigentlich nicht lange gedauert. Das waren innerhalb von vier Stunden war das erledigt, da war der Auftrag ausgelöst. Am meisten und am positivsten überrascht hat mich die Einfachheit und die angenehme persönliche Zusammenarbeit, die persönliche Beratung sowie auch der ständige Kontakt auch während dieser Kampagne. Die Kampagne läuft jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, glaube ich acht Wochen. Und unser erster Mitarbeiter fängt zum 2.8. an, welchen wir durch die A&M gewonnen haben. Und der zweite Mitarbeiter, ein Schweizer, fängt zum 1.9. an. Ich würde meinen Kollegen oder meinen Freunden raten, warte nicht so lange, mach es gleich. Und das ist das ist das ganz, was wir haben. Und das ist das nicht so lange, das ist das nicht so lange, nachher. Und das ist das nicht so lange, das ist das gar nicht so lange, das beim Freundenrat an. Vielen Dank.